Und jetzt will ich natürlich auch mal wissen, wie viel Munition ich jetzt wieder hab. Da. 71. Ich hab vorher mal geguckt. Das sind 75 gewesen, also bringt das doch schon mal was. Aber ich kann ja nicht schaden. So, wo geht's hier lang? Auf der Sankt... Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, sondern ich würde gerne diesen kleinen Weg da gehen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf der anderen Seite langlaufen oder da langlaufen und dann eigentlich da langlaufen und dann da langlaufen. Oh Gott. Ja, ich muss mich immer so entscheiden, ne? Wo bin ich? Voll so. Ach, hier bin ich. Okay, dann laufen wir. Nein. Okay, wir laufen da lang. Hm, hier, das ist bestimmt ein Hund. Laufen wir einfach weg. Aber das funktioniert nicht, da müssen wir natürlich hinlaufen. Food. Okay, kommen wir da irgendwie rein? Nö. Schade, schade. Und hier würde ich gerne rein. In diese One-Way-Gasse. Denkt bestimmt, was ich hier versuche zu finden. Munition, irgendwelche Viecher, die ich töten kann. Ich weiß nicht, ob das Spiel so angelegt ist, dass man hier erstmal alles erforscht, aber ich tue es einfach mal. So, das ist jetzt eine perfekte Gasse für irgendwelche Hunde, die auftauchen könnten. Oder vielleicht für irgendwelche Sachen, die ich finden kann. Und es schneit immer noch und... Nein, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh. Jetzt hat mein Bildschirm schon, als ich gesagt habe, ich gehe mal an. Ich fasse es nicht. Jetzt sehe ich das Spiel nicht mehr richtig, Leute. Das ist doch fies. Das ist doch... Das ist unglaublich. Okay. Wie kann ich das jetzt wieder groß machen? Ähm... Ja. Also ich finde das sehr unglaublich, was das Spiel sich alles bei mir herausnimmt. So, Bildschirn schon, als ob ich nichts tun würde auf dem Monitor. Mein Gott, ich spiele doch schon die ganze Zeit. Und es hat ja eben auch schon die ganze Zeit geklappt. Und jetzt geht mein Bildschirm schon einfach an. Und jetzt ist das Spiel so halb und ich sehe nur die Hälfte. Und es regt mich gerade voll auf, weil ich habe das letzte Mal im Store gespeichert. Und... Ach, wir spielen einfach weiter. Dann sehe ich eben im Hintergrund irgendwelche Sachen und sehe jetzt nur noch die Hälfte des Spiels. Aber was ist das? Kann ich da reinlaufen? Kann man da rein? Ja, da kann man rein! Ähm, hilft mir aber gerade gar nicht, weil... Ah, wie gesagt, nur die Hälfte sehe ich. Äh, okay. Was ist da? Ah, der Lichtreich. Ich habe schon wieder einen Schlüssel gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das überhaupt das aufnimmt. Ich mache mal kurz eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Naja, bei euch wird das eigentlich noch einigermaßen gut dargestellt als bei mir. Von daher geht's... Okay, hier haben wir anscheinend nur die Healing Potion und einen Schlüssel gefunden. Oder? Ja, dann laufen wir wieder raus. Aber wir haben einen Schlüssel gefunden. Und, naja, ich würde... Oh, das hört sie sich aber nicht gut an. So, wir müssen weiter in die Richtung. Gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Ist da noch irgendwas? Ähm... Sieht jetzt nicht so aus. Okay. Das sieht jetzt echt nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Da war das. Hier ist nix. Da ist auch nix. Da sind wieder Mülleimer. Wie viele Mülleimer stehen eigentlich in dieser Stadt herum? Und wie sehen überhaupt hier die Häuser aus? Und überhaupt... Das ist ja echt unglaublich. Von hinten, von hinten, von hinten. Ah, ich hab's gekannt. Ja, genau. Schieß ins Leere. Und buff! Was auch immer du bist. Ich find's immer ganz merkwürdig, dass er ins Leere schießt. Oder er zu neigt, ins Leere zu schießen. Das versteh ich einfach nicht. Aber vielleicht liegt's auch daran, weil ich so ein Tomb Raider gewöhnt bin. Naja. Okay, wo geht's jetzt hin? Gehen wir eigentlich noch in die richtige... Ich hoffe, wir gehen noch in die richtige Richtung. Auch wenn das hier ein bisschen komisch aussieht mittlerweile. Okay. Da ist auch nichts drin. Und da ist auch nichts. So, und jetzt gucken wir erstmal auf der Karte nach. Okay. Ja, wir gehen auf jeden Fall noch in die richtige Richtung. Jetzt können wir einmal hier die Straße überqueren. und gucken nach diesen kleinen... Dieses kleine... Diese kleine Gasse hier wollte ich mir noch angucken. Und es ist klar, hier sofort geht's wieder los. Und ich seh sie schon. Okay. Und... Boom! Das hört sich an wie so ein Quietsche... Quietsche-Äntchen oder so. Keine Ahnung. Oder so ein Geräusch für so ein Hunde-Quietsche-Teil. Okay. Okay. Ah! Ich hab was gefunden! Das mir weiterhilft. Mitnehmen! Natürlich mitnehmen! Mitnehmen! Natürlich mitnehmen! Gut. Das hat sich doch mal... Der Ausflug in diese kleine Gasse hat sich doch jetzt mal richtig gelohnt für uns. Okay. Okay. Hier müssen wir wieder lang. Und hier müssen wir lang. Und hier müssen wir lang. Und hier müssen lang. Und... Boah, das... Uff! Unheimlich. Unheimlich, diese Dinger. So. Wie viel haben wir? Ich kann das jetzt leider nicht lesen. Wie viel wir haben, muss ich jetzt euch mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das komplett mitkriegt. Wir haben auf jeden Fall so einen Wootman und so einen Schlüssel für die Lions. Und eigentlich würde ich gerne mal wieder speichern, damit ich einfach mal das Spiel neu laden kann. Ähm. Ja, nee. Okay. Hat sich sowieso gerade erledigt. Okay, wir gehen jetzt mal Richtung Speichernort. Weil... Wie bitte schön soll ich zur Schule kommen, wenn alles andere geschlossen ist? Ich bin jetzt wirklich alle möglichen Wege abgeklappert. Aber ich hab ja... Oh ja, ich hab ja Schlüssel gefunden. Von daher renne ich jetzt einfach mal Richtung... Ähm, Richtung Café, damit ich speichern kann. Und dann, damit ich das Spiel einfach mal wieder neu laden kann. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig renne. Ich glaub, hier ist das Café um die Ecke. Nein, das ist diese komische Gasse. Die bin ich ja schon lang gelaufen. Also, wieder hier lang. Und... Mhm, ich will ins Café. Ich will ins Café. Ins Café. Hier muss ich abbiegen. Das Café ist hier vorne gleich. Und wenn wir in Café sind... Da. Äh. So. Ab ins Café. Abspeichern. Und dann hoffe ich, dass es gleich besser geht. Genau, mein Lieber. So. Und speichern. Oh, ich hab den Store überspeichert. Naja, passiert. Äh, nö. Okay, ich hab jetzt wieder zwei Speicherdings gemacht. Und wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle. Tschau. 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 Bye.